Batsch, hier ist nicht dumm. Hier ist nichts dumm, meinte ich. Oh. Kriminell schnell wird hier gespielt. Alles klar, bestes Auto hier. Oh mein Gott. Der dreht sich gleich, ja. Oh nö, ich drehe ihn zurück, ich Idiot. Wie der hier fliegt, alter. Hey Leute, der konnte sein eigenes Auto irgendwie nehmen. Mies. oh mein gott alter tier bei kriminell schnell mal mit 16 mann oder so fahren das muss abgehen ja um gefängnis platz fünf runden spielen okay da habe ich noch nicht schauen den drehe ich jetzt da ist er schon ausgeschalten los oder sind die nächsten opfer nein ich bin dummes kind nein nicht drin kann man kann man kann man ja das stimmt wenn man toll suchtet eingeben und schnell anwürdig den brauchen wir mehr spiele der effektor fächster typ naja war fünfte runde scheiße ich habe nichts mehr hier obwohl die haben sich gegenseitig gerannt sind das idioten jetzt so ein wichser so ein wichser wahrscheinlich wahrscheinlich weil es gefährt einer so gegen den urs zeiger sind und ramp denn manche weg und ich war auf dem zweiten platz und jetzt bin ich fünfter und gleich sechster siebter ich bin letzter geworden das gibt es nicht vom zweiten platz wie eine dreckige nutte weitergereicht auch in sieben scheiße hat aber spaß gemacht vielleicht wollen wir noch eine revanche hier kleinen noten den würde ich hier rauswerfen ok denn bis zum nächsten mal